Das ist sie. Die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Mutter. Mutter, du musst Aquil Poirot kennenlernen. Wieso? Naja, er ist der größte lebende Detektiv. Er übertreibt. Nein, eigentlich hat er recht. Sie sind wirklich der skurrilste Mann, den ich je gesehen habe. Das sagt man mir häufig. Und Sie versperren mir die Sicht. Ich bin schon weg. Bitte sei nett, Mutter. Poirot ist mein Freund. Und er ist berühmt. Und er speist heute mit uns. Tut er das? Ich will aber nicht stören. Oh nein, keine Sorge. Sie wehrten mich bei Tisch auf. Ich bin nicht mit Mutter allein aufreisen. Wir feiern mit Freunden. Eine Hochzeitsfeier. Ach, bin das ich?